hallo leute und herzlich willkommen ich wollte heute mit euch über die waffenreinigung ein bisschen sprechen und dazu habe ich euch ein wundervolles reinigungsset mitgebracht das will ich mal kurz hier so in die kamera halten ich hoffe ihr könnt das gut erkennen das ist alles das heißt diese wunderschöne kleine kiste beinhaltet das gesamte reinigungsset was ich damals bekommen habe ich hab's mir später auch noch mal hier privat gekauft und mehr ist da nicht drinnen ich wenn ich mir heute meine waffenreinigungskiste so anschaue die dann ungefähr so einen halben meter breit ist und ungefähr einen halben meter hoch dann muss ich wirklich lachen darüber dass ich mit diesem set hier damals meine dienstwaffe gereinigt habe was ist da drinnen schauen wir doch mal rein da drinnen haben wir eine bürste oder ein pinsel oder ein teil davon auf jeden fall wir haben hier auch kein stiel aber so ein pinsel dann haben wir ölflasche die so nagelneu wie gesagt ich fand das so toll das set ist wir haben das gekauft und dann haben wir noch zwei bürsten für den lauf einmal so eine bürste hier und dann einmal zum aufrauen anlösen der verschmutzungen mit kupfer in der mitte ja und dazu haben wir hier diese reingebust hätte in diesem set da konnte man diese bürsten dann so einhängen und dann durch den lauf ziehen ja also vom patronenlager her man hat die kette dann durch den lauf richtung patronenlager dann gelassen und dann hat man die bürste eingehängt und dann einmal rausgezogen zu diesen zwei bürsten gab es noch reinigungsdorte die hat man dann hier einhängen können so aus baumwolle und noch baumwolltücher das war das gesamte reinigungsset was diese waffe dann zehn jahre im dienst begleitet hat das heißt sie wurde mit nichts anderem gereinigt als mit diesen utensilien und wie gesagt wenn ich mir heute meine reinigungskiste anschaue da gibt es schon alleine bestimmt fünf sechs verschiedene waffenöle die einen mit einer höheren reinigungsleistung die anderen mit einer höheren gleitfähigkeit das heißt die bilden dann eben entsprechend im schmierfilm dass die teile die eben hier gleiten das natürlich auch gut tun können beziehungsweise auch fette damit das öl nicht überall hin fließt dann gibt es natürlich auch laufreiniger um die verschmutzung dann anzulösen von den geschossen also nicht nur die verbrennungs rückstimme sondern auch die verschmutzung und dann gibt es natürlich auch verschiedene erklärungen wie man so eine waffe reinigen kann oder soll das heißt wenn ich jetzt eine waffe reinige muss ich immer gucken okay wenn ich von der seite über das patronenlager reinigen kann dann soll ich das auch tun das heißt sie schieben ein stab hier durch und jetzt kommt die nächste geschichte nämlich ziehe ich das wieder zurück oder entferne ich da vielleicht einen filz oder das ganze und ziehe ich da wieder raus um ihn wieder dann hier zu verschrauben und durchzuschieben ja das problem hat mir ist natürlich nicht wenn man hat die kette dann hier unten in den lauf eingeführt so und man hört das schon ein bisschen klingeln wie gesagt ich habe das zehn jahre lang mitgemacht und schoss ja auch noch ziemlich präzise dann hat man nicht hier die bürste so eingehängt hier und man sieht das ganze erfolgte auch wirklich aus der hand also man hatte nicht irgendwie so ein ständer wo man die waffe einspannen konnte so dass der laufländer unten zeigt dass das ganze der ganze schmutz dann nach unten läuft wenn man die bürsten da durchziehen bzw die dorte das hat man alles in der hand gemacht dass wirklich das reinigungs set war sonst mit nichts anderem ausgestattet ja also das war das und dann hat man die waffe wirklich in der hand gehalten und dann die sachen durchgezogen hier mit den dochten oder mit den bürsten und das war es da gab es auch nur dieses eile grühe und das wurde zur reinigung genommen und wurde so lange gereinigt bis eben keine verschmutzung mehr da war das war es und heute wie gesagt ist natürlich da die vielfalt an reinigungssachen an ölen an fett mit der scher unüberschaubar und ich muss mich da so ein bisschen auch reduzieren das versuche jetzt auch also mein riesiges waffenreinigungs set dann noch ein bisschen aufzulösen und zu sagen okay ich brauche irgendwas für ein lauf was ich da auch verwenden kann ich brauche irgendwas für schloss also in fett was eben verhindert dass das ganze zeug überall ausläuft und hinläuft wenn ich viel schieße und dann habe ich entweder und start zum reinigen oder eine bürste und dann versuche ich auch vom patronenlager eben den dreck rauszuschieben wenn es geht nur beim revolver ist das schon schwieriger da gibt es aber einige künstler die dann wenn die trommel aufgeklappt ist dann eben den stab durch schieben unten dann die filze anschrauben mit dem mit der halterung und dann auch nach draußen ziehen also da habe ich schon alles gesehen kann man auch alles machen schade der waffe nicht ja und umgekehrt wird natürlich gesagt wenn ich den dreck wieder zurückziehe dann ist das nicht gut für den lauf dann ziehe ich mir den dreck auch vielleicht ins system rein und so aber im prinzip brauche ich wenn ich mir das ankomme nie so viele sachen wie man denkt noch ein schaft und noch eine creme hierfür und noch ein fett für schloss und noch ein spray für lauf und noch ein reinigungs öl ja ein paar sachen erleichtern mir tatsächlich das leben und schonen beziehungsweise erhalten die waffe weil einfach die funktion mit fett und öl besser ist als wenn die metallteile aufeinander gleiten aber so kompliziert ist es nicht da gibt es eben hersteller die machen so spezielle filze für den lauf die ich dann verwenden kann die anderen haben dort benutzt ja das sind eben sachen wo ich gute erfahrung mit habe dass wenn ich hinterher durch den lauf gucke da eben keine rückstände auch vom reinigungsgerät sind also von den filzen irgendwelche rückstände die im lauf verbleiben also der lauf soll sauber sein die verbrennungs rückstände müssen raus und dann muss das ganze eingehöhlt sein ganz leicht eingehöhlt sein damit die oberfläche eben nicht rostet wenn ich länger weg lege muss ich unterscheiden als wenn ich sie jede woche benutze da ist eben auf solche sachen zu achten aber im prinzip ist meine kiste wahrscheinlich nicht erforderlich so viele sachen braucht man nicht und wenn man sich anguckt wie dann bei einige militäreinheiten nicht dann gereinigt wird und die waffen haben 20 jahre und mehr funktioniert nicht mit so einem fläschchen pinselchen und paar dochten und paar baumbulltüchern dann weiß ich bescheid natürlich gibt es sehr wertvolle waffen die für die jagd verwendet werden oder vom sportbereich die hoch präzise sind da muss ich vielleicht auch etwas vorsichtig vorgehen ich will hier auch keine besonderen sachen empfehlen ein falsches schloss zum beispiel wenn ich jetzt hier mein reinigungsstab durch stecke dass ich hier eben genau in der führung bleibe das erleichtert mir sicher das leben nicht aber die frage ist ist es erforderlich für die waffe oder mache ich es für mich weil es geht und man braucht gar nicht so viele sachen wie man denkt der eine sagt noch schafft pflege ist wichtig wir haben teures holz hier verbaut der andere sagt die oberfläche hier muss geschützt sein der andere braucht auch noch was für den lauf zum reinigen das alles mag ja sein und ich krieg sicherlich mit rauf reiniger die rückstände besser raus als wenn ich da jetzt sehr viel mechanik verwenden muss um die rauszukriegen das mag sein aber wie man sieht es kommen bereiche hier zum vorschein die viel weniger sachen zur reinigung brauchen vielen dank für euer interesse und bis zum nächsten mal